Wir möchten nochmal die Gelegenheit nutzen, uns bei allen zu bedanken, die mitgewirkt haben, diesen Orbit zu bauen, zu gestalten, zu planen, die sich mit Talks beteiligt haben, mit Workshops, die an den Ständen standen und einfach hier die ganze nette Atmosphäre geschaffen haben. Es war sehr, sehr geil, muss ich sagen. Hätte ich gar nicht so erwartet. Ich habe schon erwartet, dass es gut wird, aber dass es so gut wird, hat nochmal alles übertroffen. Deswegen vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben. Wir haben auf unserer Homepage, wir haben eine Homepage für den Orbit seit diesem Kongress, ist erreichbar unter https.oio.social. Da gibt es auch einen schönen Button, da heißt Spenden. Wir suchen immer noch ein bisschen Geld zusammen, dass wir das Ganze hier wieder refinanzieren und vielleicht auch wiederholen können. Und wenn ihr also euch wohlgefühlt habt, gebt uns ein paar Euros dazu und wir sind darüber sehr, sehr dankbar. Ich mag es immer sehr konkret zu sein, es fehlen noch so knapp 1500 Euro, damit man mit einer schwarzen Null hier rauskommt, die gerade aus privaten Geldern vorgestreckt wurden. Genau, und ich möchte mich auch noch bedanken, insbesondere bei unseren Familien, die der Orga hier, der Assembly, irgendwie den Rücken seit Ende August freigehalten haben. Auch Verständnis hatten, dass wir irgendwie im Dezember jedes Wochenende eigentlich zwölf Stunden durchgemammelt haben, um hier irgendwie das zu organisieren. Ja, danke. Kommt gut nach Hause, helft uns noch beim Abbau. Ja.